Wir sind's wieder bei Resident Evil, ähm, ja, das Endliche. Du hast Revelations vergessen. Okay, good. Resident Evil Revelations 2. Ah, geht doch. Okay, ähm, let's begin. Please begin, yes, yes. Please starte mal das Level. Yep. Einsatz vielleicht diesmal ein neues, nicht irgendwie vier, fünfmal hinter einer noch dasselbe. Ja, 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 ja. Ist vielleicht ganz cool. Ist auch so scheiße mal eine ganz interessante Sache. Naja. Ah. Hm, Resident Evil, alles klar. Oh, Mann. Resident Evil. Einwohner, Emil. Hä? Ja. Sehr lustig. Ich muss mich mehr ducken, weil wenn ich ducke, mache ich mehr Schaden, aber das beachte ich irgendwie nie. Was? Why machst du das? Weil das eine Fähigkeit von mir ist. Achso, okay. Ich lauf jetzt nur noch geduckt. Das macht voll keinen Sinn, so eine Fähigkeit zu machen. Also, dass du höhere Präzision hast, ja, aber dass du mehr Schaden machst? Nein. Achso, oh, Leute, der liegt auf dem Boden. Scheiß auf realistisch, Alter. Der liegt dazwischen dem abgefuckten Gras. Ja, nochmal. Äh. Ja, und hat Bock auf Waldbrand. Alles klar. Was up, Brandstifter? Nein, hallo. Schieß doch, danke. Super, freut mich. Freut mich bekannt, ich hoffe, die ich nicht machen. Ja, 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 Herr Zombie. Oh, Mann. Dieses Spiel ist schon schwierig. Ich spüre die Herausforderung in meinem Blut. Jan, hier. Ja, ich merke langsam, wie ich auch zu einem Strang mutiere. Ja, auf der Seite passt das. Tja, dann musst du hier mal ein bisschen nachhelfen, hier. Ah, sorry, du Pisser. Ah, jetzt bohren wir wieder weg. Welche? Hast du nicht gerade den krassen Boss gespürt? Ja, doch. Der war schon ziemlich evil. Ich wollte die eigentlich gerade mal zusammentreiben, dann kann ich nämlich mal hier so ganz krass zusammenpferchen. Hast du gesehen? Ja, ich cooler Typ. Ich muss schon sagen. Du bist schon cool. Ja, wenn man Granaten hat, das ist halt krass. Ich habe auch eine Granate. Ich habe acht. Ja, das ist schön. Dafür habe ich schon drei Waffen Slots. Cool. Habe ich auch. Ja, klar. Ich habe doch eine Arcade, Shotgun und guck, Shotgun. Ja, ja, dein Maul. Ich wollte einmal flüge. Ich habe es gerade falsch gecallt, aber egal. Achso, hier, ja. Ich lade kurz nach. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ich hör mal gerade so aus, ich habe dir nicht geholfen, ne? Ja, fand ich richtig geil. Ja, muss ich schon viel bedanken, dann, ne? Warte. Ja, ich wollte das nur machen, weil dann sein Schild weg ist und er dann eigentlich ganz cool anzugreifen ist, aber... Ja, ich... Ich dachte, mich macht die Situation mal spannender. Du hast ja trotzdem noch ein Kein-Kraut-Abzeichen. Ja. Aber kein Kein-Leben-Verloren-Abzeichen. Oh, gibt's gar nicht. Woher willst du das wissen, ha? Weil ich schon richtig oft kein Leben verloren habe und wir mal gleich viele Abzeichen haben. Obwohl doch, ich glaube, ich wurde einmal getroffen, oder? Ah, ne, ich habe ja ein Schild. Ich habe ein Schild. Wee, 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 wee. Ich habe ein Schild mit 300 Leben. Wee, 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 wee. Ich habe ein Schild, ich bin cool. Das ist okay, ja. Mein Hals ist trocken. Ach, ja, genau, hier habe ich einen Shotgun gedroppt. Die wollte ich gerne mal. Hast du gedroppt, Alter? Wo ist die Shotgun? Wo ist meine Shotty? Dein Schießgewehr. Mein Schießgewehr. Wo bist du? Ist sie das? Das ist sie. Mal gucken, ob sie mir da nicht ebenwürdig ist. Hä, was ist denn an meinem... Ach, ich habe schon vier Waffenplätze. Oh. Nice. Ich wollte gerade so fragen, so, hä, was ist an meinem Charakter dann besser? Aber ich habe vier Waffenplätze. Ich bin cool. Hä, die schaut ganz viel geiler, die ich bis jetzt hatte. Kommen wir uns mal eine Sniper hier. Eine Schnipper. Und die röst mich jetzt aus. Iiiiihihi. Iiiiihihi. Hä, warum habe ich so eine gaye Schrotflinte ausgerüstet? Wenn du gay bist, homo... Du homo-fürst. Ach nee, ach so, ja. Jetzt sehe ich's. Das ist die Kapazität. Die Kapazität. Kapazität. Oh man. Die Zität der Kapaz. Oh nein. Äh, das ist sehr schön. Die schlechten Witze sind endlich angekommen. Endlich angekommen. Wenn ich die schlechten Witze am Start. So. Weißt du, das sind nicht Jared und die anderen am Start, sondern einfach nur grausam schlechte Witze. Ja. So, einmal wahr. Teile ausrüsten. Hm. Täh. Okay. Nee, fang du nicht auch noch damit an, Hirn. Was? Nee, das ist nicht. Ich hab nichts gesagt. Erhöht die Feuerrate um 4%. Das hört sich gut an. Was? Ich soll nicht anfangen, Teile auszurüsten? Ja. Okay. Ob Mission starten. Einsatz. Hm. Die Feuerkraft oder was hab ich denn hier noch viel? Halt die Schnauze und komm. Sonst gibt's aufs Maul. Ja, ich hab da nur irgendwelche unwichtigen Teile drauf ausgerüstet. Nee, ich schlag dir gleich einen Löffel ins Gesicht. Bitte was? Ja, ich weiß nicht, hier lag grad einen Löffel. Achso, ja klar. Steh ich drauf. Hm. Normal, ne? Merke. Ups. Ja. Ja? War der Hinsatz. Oh. Na, 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 na. Na, na. Mann, Mann, Mann. Oh, hier auf Zeit, die an 10 Minuten schaffen wir nie. Nee. Das wird hart. Das ist hart am Limit. Ach, wir können das Level sofort beenden. Äh, das Level hatten wir noch gar nicht, ne? Das kommt mir so unbekannt vor bis jetzt, irgendwie. Could it be a new level? Oh no. Oh doch, das hatten wir schon. Ich glaub, das hatten wir sogar schon mal abgenommen. Ja. Nee, haben wir, glaub ich nicht. Aber wir hatten das auf jeden Fall schon. Wir müssen das unbedingt schaffen in der Zeit. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde runtergestufen in diesem Level. Okay, ja, ich seh's. 25. Wie level bist du jetzt? 25. Achso, dann werde ich immer auf dein Level runtergestuft. Mein Spaß. Ich bin immer noch 26. Du kannst bei mir... Also bei mir steht einfach 26. Ja, ja. Und bei mir? Hä? Weil du ein Noob bist. Das Spiel denkt sich einfach so, nö. Dem gönnen wir es nicht. Der hat's nicht verdient, um das Level zu können. Ja, ich schneide gerade alles weg. Das ist ja schon ekelhaft. Nee, wir wollen den Zombies noch zu Ende machen, ne? Ja, das Level ist ja auch jetzt da hinten zu Ende. Oh, dieses Team in Notations nerven Gib mal Waffen fick drauf Musst sie irgendwann nochmal ausstellen Ich will nicht sehen, wann irgendwelche Leute irgendwas spielen Wie viele Teamfreunde hast du? Bei mir ist das nicht so ein Problem, deswegen Ja, man sieht die ganze Zeit Oder ich merke es einfach nicht mehr Also gerade online sind 20 Leute Und wenn die die ganze Zeit Spiele starten und auch wieder ausmachen Ich glaube bei mir sind das nur so 10 oder so, deswegen Der einzigste davon, der glaube ich aktiver, also wirklich oft spielt, bist du Blut Was, ich spiele Computer? Niemals Niemals, ne? Das ist ein Mythos Kann sowas gar nicht Oh lol, warum hab ich die nicht getroffen? Nel H-itor Hier in Resident Evil bei dem Treffen desherfends schon immer hart Also ich seh mal das mit Herrn Eynek meine Achso? Ja Jep Jajaja Fühlt man sich ja schon gleich nur, wie ich weiß Fühlt man sich gleich wie ne richtige Miss Geburt Üüüüüüph mir ist Geburt Ihaha Alles klar Haha die mit der Pistole wenn er konnte haben darf ehrlich so das wollen sind was für es wurden was für Anfänger ein Arm juckt und der Pistole sind halt die Optionen nur ein niedrigere best schlechteren Eber oder so was das noch wir sind ja wir sind waren ja ich würde schon sagen dass ich ein Gott bin der Gott hat mindestens aber ich meine halt er hat nichts übertrieben Ozu gespielt das ist es das macht mich definitiv zum Gott so weiter geht's tut es er hat sich über die Erste 240.000 so ich habe 100 90.000 wenn ich sage immer glaube ich aber sagt dann mit genaue Zahlen das ist auch immer der Hammer richtig der Hammer mich faszinierend das war gleich vom Hocker abgesehen davon dass in ihrem Hocker-Sitzer ahaha lustig wieso sind wir bloß so witzig ich weiß nicht was ich gab wettbewerber gebrochen alles klar die Gabe schlechte Witz zu machen natürlich ist es eine Gabe du hast du es noch ich sage mal, was hast du denn... ich hab so das einzigste Level in der Sniper am meisten... also äh in der Sniper am meisten sind noch was hast du denn, Sniper? wieviel Schaden macht ihr? daaaaaah Ąm weiss ich weiß nicht, kamme Irgendwas hat mich angekotzt. Ah, die hat mich angekotzt. Ähm. Wie viel Schaden die macht? 4400 mit einem Schuss. Ja, okay. Geht, hält sich in Grenzen halt. Aber. Ist auf jeden Fall vertretbar. Fünf Gegner noch. Wo sind denn die? Spawnt gar keiner mehr. Wir sind zu schnell hier. Nein, wir dürfen schon das Level beenden. Nein, es sind 30 bis... Achso, wir können in die nächste Stufe. Äh, nächstes Gebiet. Jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder Gegner. Ja, natürlich können wir jetzt wieder Gegner. Da oben. Pengpuff. Warte, der cool runterspringt. Pengpuff. Pengpuff, ich mach grad richtige Quickscopes. Pengpuff. Oh, ja. Cool, Jared. Alter. Bin ich kacke. Ja, du Noob, du hast grad keinen Kill mehr gemacht. Ich habe grad mit einer Shotgun auf so 30 Meter entfernt und geschossen. Stell dir dann fest, Scheiße, das ist die Shotgun und nicht die Anaconda. Und dann hab ich mit der Anaconda rauskommt. Und dann hab ich mit der Anaconda noch einen Schuss gefailt. Ja. Ich glaub, ich muss die hier nicht mehr üblich bei coolen. Steine eben wieder am Start. Steine. Gut, das war, das war heftig. Wir sind einfach zu schnell. Nee. Doch. Ich finde, wir sollten uns für Speedruns anmelden. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen ja eine Pause, ne? Okay, okay. Gleich war's dann erst mal. Bis später. Bis dennig.